Nee, das kann man jetzt wirklich nicht sagen, wer da das richtige Zeug zum Dschungelcamp hat und so. Wir geben uns ja alle Mühe hier drin und wer da wirklich der Dschungelkönig oder Dschungelkönigin werden soll, da kann man wirklich nichts sagen. Das können wir auch nicht bestimmen. Nein, das kann der sein, hier, die und da, was weiß ich, ja. Okay, ja.